Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich begrüße Sie sehr herzlich für uns und für die Beteiligten an dieser Konferenz, die nun zum dritten Mal stattfindet. Ich begrüße auch alle sehr herzlich an Ihren Computer-Endgeräten, die uns über einen Livestream beobachten können. Sie haben jetzt die Gelegenheit, sozusagen in Rio, New York, Tokio zu klatschen und hier dran teilzunehmen. Die Konferenz findet im Jüdischen Museum statt, was uns besonders freut und es ist natürlich auch eine Gelegenheit zu danken. Ich danke an dieser Stelle den gesamten Teams der Projektbeteiligten für diese Konferenz, die natürlich im Vorfeld eine intensive Vorbereitung bedarf. Aber besonders erwähnen möchte ich da Frau Barbara Fischer von Wikimedia, eine streitbare Gestalterin dieser Konferenz, aber auch ganz besonders den Initiator dieser Reihe und den Leiter dieser Konferenz, Dr. Paul Klimpel, den ich jetzt sehr herzlich begrüße und an den ich das Wort übergebe. Vielen Dank.